Musik Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute habe ich für euch eine Superstarter Autogarage von Hot Wheels. Auf die Rückseite sehen wir was man alles damit machen kann. Es ist auch mit anderen Hot Wheels Sets kombinierbar und man kann es leicht überall mitnehmen. Jetzt lasst uns die Schachtel öffnen. Dieser ist der Inhalt der Schachtel. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie man das einfach einpacken kann. So, dieser ist der Griff. Von hier kann man es mitnehmen. Sehen wir ein bisschen auch das Auto, das wir dazu bekommen haben. Wow, ein Sportauto. Es ist lila und hat da oben eine panoramische Sicht. Und natürlich auch sportliche Räder. Es ist voll mit Aufkleber. Diese ist die Rampe, auf welche alle Autos steigen werden. Und jetzt ist das Auto drinnen. Bereit, lanciert zu werden. Aber dafür müssen wir diesen Knopf drücken und es wird auch funktionieren. Jetzt werden wir mehrere Autos abstellen. Und jetzt? Drei, zwei, eins. Und los geht's! Oh, wow! Lasst uns mehrere lancieren. Jetzt lasst uns ein bisschen Spaß haben. Wir verbinden diesen Set mit einem anderen, nämlich mit dem Müllcontainer. Großartig! 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 Und jetzt werden wir die Altos in eine Wand aus Holzblöcken lancieren. Na los! Spannungsbrauch. Yohooo! Dieser ist der Inhalt der Schachtel. Sehen wir die Teile an. Wir haben grüne Gummibänder. Diese sind sehr flexibel. Wow! Und lila Gummibänder. Da haben wir die Instruktionen. Hier sehen wir wie wir damit spielen können. Sehr interessant. Schaut mal, wir können auch zwei Autos verknüpfen. Toll! Und diese sind die Autos, die wir haben können. Und das ist unser Fahrzeug. Die vordere Räden sind kleiner als die hinteren. Wow! Es hat eine sehr komische Form. Wie ein Zylinder. Und es ist auch sehr bunt. Es gefällt mir. Hier haben wir die Gummis. Mit Hilfe dieser geht das Auto alleine. Und da hinten befindet sich das Hebel. Wenn wir es drehen, drehen sich auch die Räder und die Gummis. Wir drücken drauf. Und los geht's! Was mir noch gefällt, ist, dass sich die vorderen Räder nach links und rechts drehen. Es ist ein super Fahrzeug. Jetzt lasst uns ein bisschen damit spielen. Juhu! Juhu! Wow! Wie viele Spielzeuge! Pass auf! Es kann auch auf die Treppen gehen, aber nur runter. Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Bin sicher, meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss!